Meinst du, das ist ein beliebes Fass? Der eine macht sein Fass, ja? Mhm. Ganz nah dran, da würde ich mal gucken. Du auch? Ja. Beispiele hatten sie. Da denkt man, das ist ein kleiner, spielender Hund. Den süßen würde ich auch machen. Ein kleines Haustier. Zahmes Haustier. Naja, aber iss mal so. Die sind ja süß. Niedlich! Bitte wer spielt! Der andere muss jetzt auch mit reinkommen. Oh! Warum ist das Wasserrot? Ja! 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 Schade! Ach da! Ach da! Schnell! Der läuft doch da rum. Laura, der läuft da! Ja! Der ist aber auch hübsch. Da ist noch ein kleines Haustier. Da ist noch ein kleines Haustier. Da ist noch ein kleines Haustier. Da ist ein kleines Haustier. Drei mal nach. Ich kann mich rein. ть, nicht, nicht! Drei mal nach.